Willkommen zurück zu meinem Live-Let's Play von Tony Hawk Skateboarding bzw. Tony Hawk's Pro Skater 1. Wir sind hier immer noch in Minneapolis und ich habe mir die Special Tricks von der Alissa Stima mal hier aufgeschrieben. Was wir daraus machen, mal gucken. Aber auf jeden Fall, ich weiß jetzt, wie sie funktionieren und vielleicht kriegen wir dadurch ein paar mehr Punktchen. Weil die fehlen uns nämlich, glaube ich, noch hier. Das ist das einzige Ziel, was uns hier noch fehlt. Achso, wegen Runkniffberg, okay. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir mal rein und gucken wir mal, was wir hier so reißen können. 40.000 Punkte. Ich lege mir den mal hier hin, da sehe ich den besser. Direkt auf die Fresse. Boah. Hey, YouTube. Das Problem ist halt hier, dass wir kein Manual und sowas machen können. Okay, jetzt könnte ich einen einen Trick machen. Und ich habe einen Special Grunt gemacht. Ich bin so gut. Ich bin die Beste der Welt. So, was kann die noch? Oben, unten, Kreis. Uhu. Der Backflip, den haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal schon öfters gemacht. Und links, unten, Kreis. Wow. Elissa, du bist die Beste. Oder Elisa, wie heißt die eigentlich? Aber guck mal, wir haben 23.000 Punkte und ich habe echt scheiße gespielt. Und das ist mit dem Held. bam, voll aufs Maul also ich sag mal so es ist machbar ich habe jetzt habe ich 34.000 Punkte gekriegt und es fehlen nur noch 6.000 hätte ich nur noch ein paar also statt hinzufallen hätte ich noch ein paar hier Primo Grinds oder was machen sollen und dann wäre das schon ganz gut gewesen das kriegen wir hin das müssen wir hinkriegen das wäre voll bescheuert wenn wir es nicht hinkriegen würden darf ich das ich möchte der Startknopf ist kaputt ähm retry bitte das muss besser anfangen wenn das schon direkt mit einem Fall beginnt dann ist das natürlich scheiße ich möchte den dummen Grind machen ich werde mich auch nur mal hier hier aufhalten ach scheiße jetzt ist sie so blöd ist halt wenn man hinfällt ist die Special Anzeige weg und das wäre halt mega nice wenn ich hier diesen Special Trick an Wungen hinkriege aber ich kriege es nicht hin warum kriege ich es nicht hin weil ich zu blöd bin wenn ich das spiele so websites ich werde mich wirklich aber ich werde auch bist woher ich werde woher ich werde woher ich werde du das du Wie viel haben wir? 37.000. Also das geht doch viel besser. Ich habe so viel Leerlauf gehabt, ne? Das kann doch nicht sein. Nee, so nicht, Fräulein. Hier wird sich nicht gedrückt vor den dicken Punkten. Das war gut. Das war nicht so gut. Aber wir kriegen das hin. Ach, da kann man gar nicht dran grinden. Das ist ja interessant. Das ist gut zu wissen. Ach, scheiße, ey. Wir kriegen das hin. Ach, Mann, ey. Kannst du nicht mal vernünftig skaten? So ohne hinfallen und so. Ach, Mann. Wir fehlen doch nur noch 6.000 Punkte. Du musst doch nur Special Anzeige voll machen. Backflip fertig. Das ist ja nicht so gut. Jetzt haben wir nur 1500 Punkte gefehlt. Moment mal, warum ist der Highscore hier 50.000? Da stand doch eben 40.000, oder nicht? Ja, vielleicht funktioniert es ja überhaupt mit der Musik. Jetzt habe ich die falschen Tasten-Kombi gemacht. Ich mache mal neu. Uiuiui, das war knapp. Komm, geh essen. Das war so klar, dass das nicht mehr gepasst hat. Ach ja, Crash Bandicoot. Ja, ich wechsle das gleich sofort. Boah, 18.000 Punkte. Ich mache euch alle fertig. Ihr Pisser. 100.000 Punkte incoming. Wuhu. Schön nochmal auf die Fresse legen. Schon schon die ganze Zeit. Ey, da werden wir jetzt gleich mal gucken. Ich gehe jetzt gleich mal ins Menü und gucke mal, ob da 40.000 Punkte steht. Aber es ist auf jeden Fall, es hat sich bei 40.000 noch freigeschaltet. Aber das war anscheinend nur der Highscore von Madame hier irgendwie mal. Können die Mods das ändern? Wir haben auf jeden Fall das Tape bekommen. Finally. Ich werde gerade das Spiel ändern. Ähm. Dashboard. Äh, da. Tony. Avg. Skateboarding. Oder Pro Skater. Können wir das hier auch irgendwo da aktualisieren. So. Äh, Kanal. Es hat sich nicht aktualisiert, aber ich habe es geändert. So. Okay. Ähm. Level Select. So. Okay. Wir sind jetzt Downhill Jam Phoenix. Das ist, glaube ich, ein sehr bescheidenes Level. Ich habe nur Videomoderationen, wo nichts ist und Automod. Ja, ich habe es ja jetzt gerade selbst geändert, beziehungsweise ich habe es versucht. Gut. Dann machen wir mal dieses wunderschöne Level. 20.000 Punkte. 40.000 Punkte. Hidden Tape. Getsgate. Open. Five valves. Dann machen wir nochmal die ersten, die fünf warfst zuerst. Da oben ist eins, ne? Habe ich das gesehen? Ist das richtig? Nee, das ist nur so ein Ausguss. Da oben ist eins. Da bin ich an den anderen schon vorbeigefahren. Ich habe dieses Level mal gespielt bei Tony Hawk's HD. Tony Hawk HD. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, das Spiel. Ich meine, da gäbe es das Level auch. Ich muss jetzt erstmal nach diesem dummen Ventil suchen. Da oben ist noch eins. Kann man auch so gut hier erkennen, weil alles superpixelt ist. Da ist auf jeden Fall eins. Ich muss jetzt erstmal die Locations finden, wo die sind. Da kommt man so auf jeden Fall hin. Ich lasse, ich nehme das jetzt mal als, ich habe das jetzt aktiviert. Hier war keins. Zwei. 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 Bis zum nächsten Mal.